Noch mal fragen, junger Mann, sind Sie auch vom Bahnstreik betroffen? Inwieweit? Ja, dass die Züge ausfallen, ne? Jeder dritte Zug und so. Mit welchem Zug müssen Sie heute fahren? Äh, nach Mönchengladbach jetzt. Glauben Sie, dass Ihr Zug pünktlich kommt? Nee, auf keinen Fall. War gestern schon nicht so. Ist es das erste Mal, dass Sie so vom Streik betroffen sind? Nee, schon öfter. Das müsste man mit dem Bus, mit dem Schienenersatzhacker fahren. War schon nervig. Ärgert man sich darüber? Ja, normal. Ob man eine Viertelstunde fährt oder ob man 45 Minuten fährt, ne? Danke.